Hallo zu einer weiteren Folge von Microsoft 365 in 60 Sekunden. Heute zeige ich dir, wie du in Teams deine Benachrichtigungen besser konfigurieren kannst. In Teams gibt es zwei Orte, Benachrichtigungen zu konfigurieren. Die generelle Einstellung findest du unter den drei Punkten Einstellungen im Bereich Benachrichtigungen. Hier kannst du unter Teams und Kanäle die Benachrichtigungen entsprechend konfigurieren. Ich empfehle hier unter Benutzer definiert, dies entsprechend deinen Wünschen einzustellen. Solltest du auf einem einzelnen Channel andere Benachrichtigungen wünschen, wähle die drei Punkte auf dem Channel, Kanalbenachrichtigungen und du kannst hier ebenfalls für diesen Channel deine gewünschte Konfiguration vornehmen. Ich hoffe, dieser Tipp war hilfreich. Bis bald! ... ... ... ... ...